Oh, Mama, bitte rette mich, damit ich nicht sterbe von diesem blöden Armern. Oh, nee. Yo, 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 Leute, willkommen zu einer Runde in the Games. Oh, yeah. Boah, Leute, es wird draußen richtig heiß und was krieg ich? Ich krieg Halsschmerzen. Alles klar. Alles klar, Leute. Verarschen könnt ihr mich selber, ey. Verarschen könnt ihr mich selber. Alles klar, alles klar. Ich bin... Wow. Wie viele Diamanten waren das? Okay, oh Gott, es sind nur drei, okay. Ey, ich hab gerade gedacht, ich würde einen neuen Diamanten kriegen. Ich war gerade voll am Ausrasten. Aber so ist es leider nicht. Scheiße, das sind zwei Kisten. Nee. Die nehmen mir alles weg. Oh, noch ein Diamant. Noch ein Diamant. Juhu. Das ist cool. Selber kann ich mich... Nein, ich kann mich selber verarschen. So, nee, das ist echt ein bisschen ein Scheiß. Ich weiß nicht. Mein Hals, der kratzt irgendwie so ganz komisch. Aber ich würde sagen, wir zeigen jetzt auf jeden Fall ein bisschen Ender Games. Und ich hab euch ja gefragt im vorherigen Part. Das war Kurs G? Nein, das war nicht Kurs G. Das war irgendwas anderes. Auf jeden Fall hab ich euch ja gefragt, ob es sich lohnt, Ender Games wirklich jetzt so riesig zu spielen. Denn Kids hab ich im Grunde genommen gar nicht. Und, ähm, ich wollte euch... Ich hab bei euch ja gefragt, wie lange das dauert, bis man so ein Kid freigeschaltet habt. Äh, hab. Bis... Warte, warte, was? Ich bin... Ich bin grad voll raus. Ich komm von der Schule und ich hab echt keinen Bock mehr irgendwie auf alles. Keine Ahnung, ich weiß nicht warum. Ich kann doch nicht mal mehr reden. Schule... Alles klar. Ähm, alles klar. Schule macht mich echt, äh, tot. Ich... Ich mag Schule nicht. Aber, äh... Aber wer Schule mag, der hat auch irgendwie... Ich weiß nicht. Es gibt echt Leute bei mir in der Klasse, die mögen Schule. Den... Oh, hier ist das Ende. Die... Denen macht es nichts aus, zur Schule zu gehen. Ist das... Äh, ich mein... Hallo? Hallo? Okay, ich darf schon... Ich... Ich darf schon hinter mir... Äh, hinter mir wäre jemand, aber das war ich selber. Hä, 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 hä. Oh, ne neue Kiste. Äh, ich würde mir eigentlich gerne irgendwas... Irgendwas an Rüstung machen, weil wir spielen wieder Baba. Und haben daher... Ziemliche Kacke. Fünf Stück. Davon könnten wir uns ne Hose machen. Aber ich warte lieber... Ich warte lieber nochmal zwei. Und vielleicht können wir... Oh nein, da baut sich einer runter, oder? Nein! Oh! 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 Da hat er aber einen richtig fetten Hit abbekommen. Nein! Und jetzt spammt er mich auch noch zu, ey. Nein! Und jetzt bin ich im Wasser. Das ist scheiße. Oh! Da wurden wir getauscht. Genau wir. So, geh mal weg mit deinem Bogen-Spam. Holy shit! Wir haben mit einem HP überlebt. Äh, aber wir haben hier die coole... Asimov heißt die, glaube ich. Ich hab CSGO nie so richtig gezockt. Und besonders die Namen weiß ich dann jetzt gar nicht so. Aber ich glaube, das war die Asimov. Also der Skin. Äh. Oh! Oh! Eisen, aber der hatte gar nichts. Oh, äh. Hey! Kiste! Kiste weg! Äh. Was kann ich denn wegschmeißen? Hier, komm, das kann weg. Äh. Mal eben ein Steak essen. Und dann werde ich warten, bis wir getauscht werden. Oh, hier sind mehr Diamanten. Perfekt. Und nochmal ein... Eine Potion. Eine Potion. Oh, nie! Oh, nie! Ich bin noch nicht gereckt. Was? Äh. Äh. Ähm. Okay? Äh. Hat der mir gerade echt vier Herzen abgezogen mit einem Schuss? Oder fünf? Ungehör. Wer war das von denen? Lemon Man. Der war das, glaube ich, ne? Hä? Was ist das? Warum hat der so viel Schaden gemacht? Hä? Na gut. Ich würde sagen, wir sehen uns einfach in der nächsten Runde. Oh Gott. Warte, was war das denn jetzt für eine Kack-Runde? Mann doch. Also bis gleich. Jo Leute, willkommen in der nächsten Runde. Und da habt ihr gerade gemerkt, es gibt irgendwie OP-Kids. Und keine Ahnung, ich verstehe das nicht. Ich verstehe nicht, warum es so Hardcore-Kids hier gibt. Also, ich meine, der hat uns einfach fünf oder vier Herzen mit einem Schuss gemacht. Das ist doch... Das ist doch unglaublich. Alles klar, eine leere Kiste. Okay, dann halt heute nicht. Heute nicht. Das ist echt ein bisschen schade. Ein bisschen sehr schade, um ehrlich zu sein. Weil diese Runde jetzt irgendwie sofort scheiße aussieht. Aber da ist eine Kiste. Da ist eine Kiste. Äh... Äh, Eisen. Okay, dann holen wir uns direkt Holz. Und machen uns wenigstens ein Eisenschwert. Mann, oh. Mann, wir kriegen diese Runde bestimmt auch eine Kacke. Oh Mann, ich wünschte echt, ich hätte langsam mal ein besseres Kit. Ähm... Achso, ja. Schlag mal bitte vor, welches Kit ich mir denn dann kaufen soll. Falls ich irgendwann das Geld habe. Äh, so. Ah, ich mach das lieber auf eins. Die Schutzzeit ist fast vorbei. 30 Sekunden noch. Ähm... Aber das Wasser will ich eigentlich gerade nicht. Aber das ist die einzige Kiste, die ich jetzt so sehe. Und unser Equipment sieht echt scheiße aus. Deswegen ist das, glaube ich, die beste Lösung. Und da hinten ist noch eine. Dann, ja, gehen wir einfach mal rüber. Wir sind ja jetzt schon über der... Bei der Hälfte hier angekommen. So, äh... Ja, super. Das hat sich ja richtig gelohnt. Leute, was ist los hier? Wir wrecken hier die... Wir wrecken die Bitches. Oder so ähnlich. Oder so. So ähnlich. Oh, jetzt die andere Kiste weg irgendwo. Ist da auch ne... Noohoho. Hallo. Was ist das für ein komischer Grund gewesen? Abgrund. Hallo Kuh. Danke sehr. So, natürlich das Eisenschwerter ist irgendwie equipen. Und da haben wir die Kiste. Ähm... Äh... Ich muss eben nicht kratzen. Deswegen hatte ich das nur mit einer Hand gemacht. Deswegen sah das so komisch aus. Wir haben noch Steak. Okay, dann, äh, eine Angel Ja, fragt sich jetzt, ob wir getauscht werden Ich will ehrlich gesagt mir noch nichts machen Also noch kein Diamantschwert Hallöchen 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 Hey Was geht ab? Was geht ab? Deine Mutter Nice So, was hat der? Der hat auf jeden Fall ein Diamantschwert Und Oh nee Enemies, oh shit, ich hab den Kompass gar nicht irgendwo 48 Blöcke, okay, da können wir ja wieder Stimmt, dann können wir uns jetzt irgendwas Gutes machen Ich frage mich nur, wie viel Diamanten er hatte Ich hab immer noch drei, okay Ah, da können wir uns, ja, wir machen uns wenigstens Schuhe Wenigstens Schuhe, damit wir irgendwie Irgendwas haben Dann baue ich das mal wieder ab Und So, dann gucken wir mal Unter 70 Blöcke Okay, dann haben wir hier noch Wasser Lava Bla, bla, bla Also irgendwie nicht so geile Sachen Noch fünf Gold Sollen wir uns dann eine Goldhose machen? Ach, nee Nee, Leute, nee Das wäre viel zu Viel zu beschissen Eine Goldhose ist kacke Äh, hier ist auch noch Essen drin Oh, Mann, oh, gib mir doch mal wirklich was Cooles Wir haben, ach doch, wir haben einen getötet Und irgendwie Ich weiß nicht, aber Mein Hals fängt irgendwie immer Mehr an zu kratzen Ich weiß nicht, das ist so ganz komisch irgendwie Ich verstehe es einfach nicht Ich mag das Wetter nicht Ich mag es einfach nicht Also ich meine Das Wetter ist irgendwie Im Moment zu heiß Also gerade ist es echt Äh, am dröhnen Also ich weiß echt nicht Boah, wir können jetzt einen Goldblock machen Also den Moneyboy oder so Ähm, gerade ist es echt am dröhnen Also ich glaube Es sind 28 Grad oder so Also es ist ehrlich gesagt Ein bisschen zu heiß, finde ich Denn ich weiß nicht Oh, hier ist die Hier ist der Schander Oh, ein Gegner Bleib stehen Hey, bleib stehen Oh, nee Er hat sich mit uns getauscht Okay, er rennt weg Ich dachte, der würde sich auf uns Draufschmeißen Boah, sechs Diamante Wow Wow Okay, jetzt mach ich mir auf jeden Fall Einen Diamantbruchsponsor So Hahaha Na dann Hat sich doch gelohnt Dass wir getauscht worden sind Noch drei Spieler sind übrig Ähm, 116 Blöcke Äh, Splash Potion of Enchanté Warte mal Können ein bisschen enchanten Dafür braucht man natürlich auch so'n Ding Und, äh, wo war das andere hier? Splash Potion of Healing Und, äh, natürlich noch die Stakes hierhin tun Hier ist das Ende der Welt Boah, Mann Diese nervigen Okay, das ist Splash Potion of Harming Darin müssen wir denken Diese nervigen Hühner Warum macht die so doofe Sounds? Die sollen die Schnauze halten Ich kann mich gar nicht konzentrieren So, aber Enchantment Table wäre irgendwie geil Oh, nee Oh, nee Bitte Bitte nicht Ha Get rekt Oh, so Tschüss Tschüss Zack, zack Und der nächste ist Oh, shit Oh, shit Moment mal Haben wir Nein Ich hab die Pfeile nicht aufgenommen Nein Und, äh, oh nein Und, äh, oh nein Das, ich hasse das so Warum staubt man denn so heftig ab? Warum? Ich darf hier nur nicht in ein Loch fallen Und, hier ist das Ende der Welt Oh, mein Gott Oh, mein Gott Oh, mein Gott Leute, warum? Warum werde ich immer so abgestaubt? Oh, Mann Oh, Mann Oh, Mann Oh, Mann Das ist echt jetzt ein bisschen schade Ich renne jetzt wirklich, also Shit Oh, jetzt wurden auch noch hier reingetauscht Ha Warum kann der mich nicht einfach in Ruhe lassen? Wie weit ist der entfernt? 28 Blöcke Oh, oh Oh, oh Mama Oh, Mama Bitte rette mich Damit ich nicht sterbe Von diesem blöden Armern Oh, nee Warum hat der Enderperlen? Oder warum ist der immer so schnell? So, 40 Blöcke Dann nehmen wir das nochmal mit So Tschüss Also, ich renne jetzt und Komme nie wieder Nie wieder Ha, ha, ha Nie wieder Nee, aber das ist echt ein bisschen scheiße Jetzt noch mal schnell was essen Ähm 50 Blöcke Er rennt uns auf jeden Fall hinterher Das ist nicht gut Ich würde jetzt am liebsten schreiben Sowas wie Hey, Hammer Bitte regen lassen Bitte regen lassen Oh, nee Jetzt sind wir nicht mehr so schnell Fragt sich natürlich Ob der jetzt einen Speedblock hat Ich hoffe es gibt ja nur noch mal W 딴 Ich würde es einfach raus Wie geht Ich würde es Ich würde es Okay, wir haben ihn noch gehittet. Er hat... Wie? Wie hat der mich doppelt gehittet? Der wurde doch voll weit weggeschlagen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ja, jetzt bin ich voll. Jetzt bin ich voll, mein Freund. Jetzt bin ich voll. Und jetzt werde ich dich sowas von kaputt machen? So. So, so wird das gemacht. Ich lasse mich nicht abstauben. Ich hau dann so lang ab, so lang weg, bis ich wirklich meine Sachen habe. Und verdient gewinne. Ha. Na ja, gut gekämpft. Du auch. GG. Aber das war echt, ähm... Das war echt, ähm... Ich weiß nicht, ob er wusste, dass ich wenig Leben habe. Aber auf jeden Fall war das eine ziemlich geile Runde. Und das ist meine zweite Runde, die ich Endergames gewonnen habe. Boah, geil. Ne, ich spiele das wirklich so selten, dass das wirklich, äh... Moment, ich will eben gucken, wie viele Punkte ich habe. Moment. Wie viel kriegt man pro Sieg? Coins. 8300. Oh, ich hatte vorher 7400. Also habe ich jetzt durch eine Runde 900 bekommen. Das geht eigentlich, wenn man, wenn man halt auch wirklich gewinnt. Und fragt sich jetzt, wie viel man pro Kill und sowas bekommt. Na gut, ähm... Wäre cool, wenn ihr das Video bewerten würdet. Ähm... Ich werde das wahrscheinlich, äh... So Teile zumindest vorspulen. Schätze ich mal. Wenn ich das hinkriege mit dem neuen Schneideprogramm, dann muss ich mir so ein bisschen durcharbeiten. Ähm... Aber sonst sehen wir uns beim nächsten Mal. Na gut, wenn ihr das Video bewerten würdet. Und dann... Bis zum nächsten Mal.